Hallo und herzlich willkommen auf dem neuen YouTube-Kanal von Wettergeschehen Kreissteinfurt und Umgehung Wettergeschehen Multimedia. Schön, dass ihr da seid und dass ihr euch für Wettergeschehen und für diesen Kanal interessiert und freut es ganz besonders, wenn ihr uns ein Abo da lasst und die Glocke klingeln lasst. Irgendwie so ähnlich geht das doch, oder? Na ja, ganz so fit bin ich da noch nicht, aber das wird. Natürlich haben wir heute auch ein Thema und zwar geht es darum, dass heute vor 15 Jahren das Orkan-Tief Kirill über Europa hinweggefegt ist. Und das ist jetzt genau 15 Jahre her, als dann über Neufundland zunächst ein Randtief entstand und dieses zog unter Verstärkung über den Atlantik und über die Nordsee in Richtung Dänemark und dem Baltikum. Es gab nur Luftdruckgegensätze auf und im Vorfeld des Orkan-Tiefs fiel teilweise so viel Regen, dass die Böden bei Eintreffen des Orkan-Tiefs schon aufgeweicht waren. Zumindest hatten die Bäume schon mal keinen Halt mehr. Der Bahnverkehr wurde erstmals aufgrund des Orkan-Tiefs deutschlandweit eingestellt. Europaweit kamen 40 Menschen ums Leben, davon 13 in Deutschland. Die Windgeschwindigkeiten beließen sich auf teils deutlich über 100 Stundenkilometer. Zum Beispiel im FMO Münster Osnabrück wurden 120 kmh gemessen, in Osnabrück 125 kmh und im Bergland bis zu 150 Stundenkilometer. Allein in NRW wurden 40 Millionen Bäume damals zerstört. Das muss man sich mal vorstellen, was das in der Menge ist. Und danach wurde in den Wäldern ein nachhaltiger Schaden festgestellt. Und dazu kommen noch die unzähligen Schäden an den Gebäuden und der Infrastruktur. Zudem wurden zahlreiche Stromausfälle verzeichnet. Die Sachschäden von Orkan-Tief-Gyrill belaufen sich auf 5,5 Milliarden Euro. Orkan-Tief-Gyrill beeindruckte auch durch seine Größe und Langlebigkeit. Während zum Beispiel Orkan-Tief-Lothar 1999 nur örtlich begrenzt war, wütete Orkan-Tief-Gyrill europaweit. Und das über viele Stunden. Es war auch ein wettertechnischer Zufall. Was das letzte Orkan-Tief-Friederike betrifft, auch die war am 18.01.2018, nur eben einige Jahre danach und bei weitem nicht so mächtig. Ja, ganz interessanten Text, den der Kevin da geschrieben hat. Ich habe den jetzt mal so frei vorgelesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war ein Flashback, ein Rückblick auf Orkan-Tief-Gyrill vor 15 Jahren. Und ja, was haben wir noch so vor? Es wird hier noch so einiges passieren auf diesem YouTube-Kanal. Wir stecken jetzt hier noch ganz in den Kinderschuhen. Das eine oder andere wird noch nicht so richtig funktionieren, wie wir uns das vorstellen oder wie ich mir das vorstelle. Aber wir hier bei Schlosser Digital Media sind da auf einem guten Weg und wollen für euch hier einen interessanten Content haben, was Wetter betrifft im Allgemeinen. Und es wird auch schon mal das eine oder andere Statement geben. Das ist ganz gewiss so. Ja, dann bedanke ich mich jetzt fürs Zuschauen und würde mich freuen, wie gesagt, wenn ihr uns abonniert und die Glocke klingeln lasst, dann seid ihr immer auf dem aktuellen Stand. Vielen Dank, bis dahin.